hallo willkommen im hdb schweißshop ich war bei wm zu einer schulung und habe eine urkunde verdient das heißt ich habe aufgepasst ja ja das ist eine wichtige info an euch wenn ich quasi einen beitrag für euch mache dass ihr wisst dass ich auch ein wm schweißgerät verstehe und dass ich das euch gut möglichst erklären kann mache ich wm schulungen ich bin heute auch bei wm man sieht auch hier ich weiß nicht ob man das sehen kann alibi schweißshop war zu besuch und ja sagen sie mal hiermit überreichen also mister igor heidelbrecht hat an ebmt training news und prozess mitgemacht alles klar ich hole heute nicht nur die urkunde ab die nächste lieferung für euch und jetzt seht ihr sogar dass ich jedes paket für euch packe vorsichtig vorsichtig mach ich nicht so oft aber ich bin fertig für heute fertig da die dalle drin also das auto wenn wir das zurückgeben gibt eine fette nachzahlung willkommen im hdb schweißshop meine lieben youtuber ich habe einen neuen dienstwagen ihr seht richtig das corvette zeichen kommt mal mit sieht das ding nicht geil auch das ist kein zwei liter diesel das ist ein wie viel liter hat er michael sieben liter nur 512 ps für zwischendurch michael ich mache das ding jetzt an ich gehe mal auf den auspuff das ist minimum bei hdb ok ihr könnt noch schön zuschauen ich fahre jetzt arbeiten mach noch mal gas der spuckt mich an du spürst das am bein der hat mich angerotzt hammerhart geile kann